Hallo und herzlich willkommen bei Wett.Gamble! Ähm... Ich wollte jetzt... Minecraft geht bei mir, hoffe ich nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt... ein... Video machen über... WoW Classics! Dazu wollte ich erst mal neue Karten erstellen. Ich habe gerade erst mit allen von gehabt. Und da habe ich mir gedacht... Warum möchte ich gleich darüber halten? Und... Was nehmen wir denn? Ich habe gerade... Untoten... Dreister... Ähm... Das kann ich doch machen. Achso, ich spiele die Rollen. Das hier sind... Klassen... Äh... Klassen... Äh... Klassenfähigkeit... Und... Ja... Dann kann man sich hier die Klassen aussuchen. Wendig... Weiblich... Wendig... Wendig... Troll ist zum Beispiel sehr gut mit... Begleiter... Er hat ein bisschen... Wendig... Er hat ein bisschen... Wendig... Vielleicht... Ähm... Tau... Aber... Überflucht... Heute... Ob es meine... Gesundheit erhöht... Das ist das, was ich nicht. Ich bin an die Schwaal-Klose. Aber ich bin ein kalt. Ich bin ein kalt. Ich bin ein kalt. Ich bin ein kalt. Tau ist gut als Schamane und ein Tau ist gut als Schamane und ein Tau ist gut als Jäger. Schuhe, kann mich mal so schlecht beschreiben. Schamane und ein Tau ist gut als Schamane und ein Tau ist gut als Schamane. Das ist gut als Schamane und ein Tau ist gut als Schamane und ein Tau ist gut. Toll! Jäger! So, hier ein Tau. Das hört unser Farm ab über Nice und Kräuterkunden. Und Bergbomber. Wer? Weiß es nicht so. Wieder machen. Ich hab mal so ein bisschen ein Problem mit den Geschwistern. Ich hab da nicht mal getrunken. Jetzt hab ich schon weiter zu spielen. Mit allem weiter haben wir hier Max Meister, die Jäger und die Mage. Da waren sie richtig skilled. Weil das ist ja eine Bewegung. Lässig. Dann gibt es auch sechs andere. Oh, du willst die beiden Schamane. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was geht hier mit mir? Ja! Hallo? Wie ist es denn? Wenn ich drin bin... Nicht auf mein Sitz... Nicht ganz viel rumspinnen... Meistens bei mir. Die heimtückischen Trolle der zahllosen Dschungelinseln der Südsee sind bekannt für Grausamkeit und dunklen Mystizismus. Sie sind barbarisch und abergläubisch und hassen alle anderen Völker. Der vor langer Zeit aus seiner angestammten Heimat Stranglethorn vertriebene Darkspear-Stamm wurde von marodierenden Murlocs fast ausgerottet. Der junge Kriegshäuptling Thrall und seine orkischen Krieger retteten die Darkspear, worauf sie der Horde treu schworen. Unter Führung des schlauen Schattenjägers Vol'jin leben die Darkspear jetzt mit ihren Ork-Verbündeten in Durothar. Als einem der wenigen Überlebenden der Darkspear obliegt es euch, den Ruhm des Stammes wiederherzustellen. Was braucht ihr? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Blut und Donner. Daa. Wie? Ich muss die Lohnung durchsauchen. Die Lohnung durchlaughing vor allem so. Shoulder. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Ich muss näher ran. Das war's für heute. 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 Was ist das? Was ist das? Oh, oh, oh Was ist das? Also, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wir haben auch nichts Verlörer sein. Auf Wiedersehen. Bye-bye.